Moin zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Drive EuroChuck Simulator 2. Wie gewohnt hier immer wieder, äh, blablabla, okay, Aufnahme verkackt, ähm, moin zusammen, herzlich willkommen. Wir fahren wieder EuroChuck Simulator 2, äh, mit den Promods, wie immer, wie ihr es gewohnt seid. Sind jetzt hier gerade mit unserem Schwarzmüller-Auflieger voll mit Reifen auf dem Weg Richtung Südschweden. Und, äh, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben letztes Mal ja gesagt, dass wir, oder ich hatte letztes Mal schon groß angekündigt, dass wir, wenn wir die 2500 knacken, also ihr als Abonnenten, äh, wenn wir die knacken, dass wir dann den, äh, nächsten 10 Stunden Livestream machen. Muss ich vorher noch so ein bisschen Konditionen aufbauen, dass das auch hinhaut. Ähm, ja, weil nach dem Dienstag, als der LS-17 rausgekommen ist, das hat, hat mich schon mitgenommen, muss ich sagen. Am Ende des Tages war ich dann froh, weil ich nicht mehr den Monitor vor meinen Augen hatte. Aber, das werden wir wiederholen. Wie gesagt, wenn wir die 2500 schaffen, werden wir das wiederholen, mit euch zusammen. Und ich bin mir sicher, dass es wieder genauso grandios wird. Wenn ihr wieder zahlreich mit dabei seid, dann habe ich da gar keinen Zweifel dran. Ach, guck mal hier. Stehen die Pferdchen auf der Weide. Aber es sind halt diese Details hier in Skandinavien, ne? Skandinavien-DLC. Okay, so klasse. Ja, und nach wie vor ist es sonnig. Blauer Himmel. Noch kein Regen. Ich sollte das vielleicht nicht zu oft erwähnen. Ansonsten zieht sich's mir bestimmt gleich zu. Und wir fahren den Rest der Folge im strömenden Regen und bei Gewitter, wie wir es aus den letzten auch schon kennen. So, wo hab ich denn, äh, wo hab ich denn? Ach genau, hier ist Licht. Alles klar. War noch gar nicht wieder an. Ja, und unsere nächsten Aufträge werden uns wahrscheinlich Richtung Südeuropa führen. Das ist zumindest mein Ziel. Weil, ach ja. Äh, das ist mein Ziel, dass wir da mal in etwas, äh, wärmere Gefilde kommen und auch den Süden von Europa mal ein bisschen aufdecken. Vor allem auch erstmal den Süden von Deutschland, da waren wir noch gar nicht unterwegs. Jönköping. Jönköpings Mürrebröd. Hier geht's jetzt wieder auf die Autobahn. So, in der letzten Folge hatten wir noch ein bisschen am Motor was gemacht. Neue Anbauteile konnten wir leider beim Autoschrauber, beziehungsweise bei der Werkstatt noch nicht. Nu, fahr doch! Jetzt bleibt er hier wieder, pass auf, jetzt hin geht's fahren. Oh, ich hab ja immer so Angst, dass der uns dann voll in die Seite brettert. Das ist immer so meine, siehst du, jetzt fährt er hinter uns. Ach, Herr Jemini. Also, die haben wir ja auch schon gesehen, ne? Die KI ist, äh, was Verkehrsregeln angeht, die legt sie recht großzügig aus. Lässt du uns rein? Lässt du uns bitte rein? Dankeschön. Ja, muss man immer, äh, meistens ist es dann Augen zu und durch, wenn ne KI da anhält. Äh, ist ja bei den letzten Malen so relativ gut gegangen. Aber wir hatten es eben auch schon, äh, dass der Autofahrer dann einfach Gas gegeben hat, als sie sich abgewogen sind. So, und dann an der Stelle wird mir dann entsprechend dieser Verkehrsunfall angerechnet. Und, äh, ich darf dafür bezahlen. Oh, stand da? Oh, Halleluja. Schön, das Schild ein bisschen schräger gemacht. Ja, ne? Also, da muss man, äh, hier alles immer ein bisschen vorsichtig sein, was die KI angeht. Doppelt rücksichtsvoll fahren. Und dann, äh, passt das auch. Dengelengeleng, so, äh, wir müssen hier bleiben. Dann geht es nämlich da rum, alles klar. Ich muss hier so ein bisschen mich auf die Verkehrsführung konzentrieren. Nicht, dass wir uns verfahren. Haben wir ja auch schon das ein oder andere Mal ganz großartig geschafft. Ja, und eure Ideen und Vorschläge, ähm, bezüglich dem 10 Stunden Spezial oder 2500 Abonnenten Spezial. Könnt ihr nach wie vor in die Videokommentare schreiben. Ich bin jetzt noch nicht dazu gekommen, oder jetzt, ich bin gerade in einer Aufnahmesession, deswegen werde ich jetzt die Kommentare aus dem, vom letzten Video noch nicht gelesen haben können. Weil das werden ja, de facto stand jetzt, zukünftige Kommentare sein, ne? Das heißt, äh, und, äh, Zukunft sehen gehört nicht zu meinen Fähigkeiten. Noch nicht. Ich muss da noch ein bisschen dran feilen. Aber ich kann es halt, wie immer wieder nur sagen, ich bin so begeistert, dass wir jetzt in so kurzer Zeit so erfolgreich sind zusammen. Also auch, dass mein Content und meine Inhalte, die ich so zeige, so gut bei euch ankommen. Dafür an dieser Stelle auch nochmal vielen, vielen Dank. Auch wenn ich mich da wiederhole, aber ich glaube, man kann das echt nicht oft genug sagen. Also schönen Dank an jeden Einzelnen von euch, da immer wieder reinschaut. Ich freue mich über jeden einzelnen Kommentar, ob positiv oder negativ. Natürlich mehr über positive, ja, aber, äh, aus negativen Kommentaren kann man eben auch was mitnehmen, ne? Wenn, äh, irgendwas verbesserungsdürfwürdig ist oder so, oder man mal was anderes zeigen soll, wenn ich irgendwie immer wieder das gleiche zeige, wobei ich hoffe, das kommt nicht so oft vor. Und ich versuche da schon so ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Dann, äh, ja, haltet euch da nicht zurück, sondern sagt mir, was gut bei euch ankommt und auch was nicht mal gut bei euch ankommt. So, wir fahren die ganze Zeit viel zu schnell. Merke ich gerade. Aber es sieht einfach so Hammer aus. Könnte man sich jetzt irgendwo an die Seite stellen, dann hier links irgendwo in den Feldweg rein, dann holen wir uns ein Paddelboot und paddeln hier irgendwie auf den See. Und ich fahre hier gleich in die Walachai. Ne, schön auf den See, Angel auswerfen und dann nachher irgendwie Fisch über dem Lagerfeuer oder sowas. Oder alte Stiefel, je nachdem, was man so angelt. Ja, und ich hoffe, dass wir bei den nächsten Missionen oder bei den nächsten Fahrten dann auch nochmal, ich weiß gar nicht, wo wir jetzt momentan so vom Skill-Level her sind, dass wir dann da möglichst bald zu Level 12 kommen. Weil ab Level 12 gibt es dann neue Anbauteile und ich hoffe, dass wir dann vielleicht mal so ein paar Warntafeln und sowas mit anbringen können. Hier so Gefahrgut und so ein Zeug. Dass der LKW von außen nicht mehr ganz so steril aussieht, sag ich mal. Ein bisschen Schnickschnack mit dran. Das war jetzt momentan leider noch nicht im Sortiment von der Werkstatt. Deswegen hätte ich das sonst gerne beim letzten Mal schon mit angeschraubt. Aber das muss man so ein bisschen gedulden. Das hilft ja nichts. So, ich glaube gleich sind wir schon da. Ich glaube... Jawohl. Lange ist nicht mehr. Hier rechts von uns ist Vexjö. Da waren wir ja auch schon. Haben da schon die eine oder andere Tour abgeliefert und abgeholt. Ja und dann bin ich mal gespannt, wann wir uns den Frankreich DLC angucken können. Da bin ich wirklich gespannt. Wie gesagt, ich glaube es wird wieder so ein Überraschungs-Release, der nicht vorher großartig angekündigt wird. Sondern es ist dann einfach irgendwann da. Das war ja mit den anderen auch schon so. Aber ist ja auch nicht schlecht. Immer eine kleine Überraschung. Und dann... Auf nach Frankreich und da erstmal... alles rund um den Kompass erkunden. Da freue ich mich schon drauf. Die Städte sollen ja nochmal größer werden als im Skandinavien DLC. Das ist immer ein bisschen mehr auch in den Städten zu erkunden hat. Und dann hat man wohl schon rausgefunden, dass es hier so Achievements gibt. Wer die meisten Wahrzeichen schon besucht hat und so weiter. Das heißt der Eiffelturm und ich weiß nicht, ob Notre Dame mit dabei ist und sowas. Wobei ich ja nicht so der Achievement-Jäger bin. Ich meine, ich habe da jetzt auch schon gemerkt, ich fahre jetzt nicht großartig mit dem Ziel, okay. Ich muss das und das Achievement unbedingt haben. Sondern die poppen einfach irgend so mit der Zeit irgendwann mal auf. Ich achte da ehrlich gesagt auch nicht so... Ich habe da nicht so den Fokus drauf, möglichst für ein Spiel alle Achievements freizuschalten. Sondern ja, wir gondeln hier so fröhlich vor uns hin, quatschen ein bisschen. Und unterhalten uns so und so über die aktuellen Themen, nicht wahr? Und aktuelles Thema ist halt, dass wir hier tatsächlich durch die Decke gegangen sind. Dank euch. Oder ich hier mit meinem Kanal durch die Decke gegangen bin. Dank euch. Wie gesagt, hätte ich nie gedacht, dass das sich so rasant entwickelt. Es wird demnächst dann noch so einen Discord-Server geben. Das heißt, wer Teamspeak kennt, Discord ist dann eine Variante oder Alternative. Findet demnächst auch Informationen noch, wie, wo, was, wer und wann. Das heißt, ich möchte so als Versammlungsort etablieren, wo man halt über Text steht. Aber eben dann auch, wenn man regelmäßig dabei ist, über einen Sprach-Server miteinander quatschen kann. Wie gesagt, dann für LS-17-Multiplayer sowieso Voraussetzung. Weil wenn man sich da nicht unterhalten kann, ihr wisst es auch, ich stehe halt irgendwie drauf, realistisch zu fahren, auch im LS-17. Und möglichst realitätsgetreu dieses Spiel zu spielen. Und da ist es halt unabdinglich, dass man sich da im Multiplayer unkompliziert austauschen kann. Und das geht halt nicht irgendwie über einen Text-Chat oder sowas. Ja, aber dann könnt ihr auch da mir eure Fragen stellen, auch wenn ich gerade nicht online bin. Ich werde dann versuchen, möglichst ausführlich und jedem auch zu beantworten. Aber wie gesagt, dazu auch hier in Kürze mehr. Des Weiteren steht ja noch ein neues Spiel in den Startlöchern. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt dann hier mit dem Teil schon der Fall ist oder nicht. Ansonsten werdet ihr es sicherlich schon gemerkt haben. Deswegen kann ich jetzt auch noch gar nicht sagen, welches das wird. Weil das ist eine Überraschung. Und ich nicht genau weiß, wann ich den Teil hier noch bringe. Aber ich muss sagen, mit dem Vorgänger hatte ich viel, viel, viel Spaß. Und auch mit dem Nachfolger dann jetzt werde ich wahrscheinlich viel Zeit verbringen mit euch zusammen. Und das wird klasse. Ich sag's euch. Kleiner Tipp. Es wird um Züge gehen. Mehr sag ich nicht. Ich glaube, das ist aber auch schon genug. Ich glaube, der Großteil von euch wird jetzt schon wissen, um was es geht. Insofern muss ich diesen Teil jetzt hier einfach nach dem Release bringen. Das habt ihr jetzt davon. Weil ich meine Klappe nicht halten kann, kriegt ihr die Info oder den Tipp erst, wenn es eh schon zu spät ist. So. Man muss da ja auch Konsequenz bleiben. Schön mit der Sonne im Gesicht rollen wir dann jetzt hier auf den Hof vom Kunden, um unsere Ladung loszuwerden. So, müssen wir mal gucken. Müssen hinters Gebäude, ne? Hinters Gebäude. Hier vorne ist, glaube ich, nur Abholung. Junger Mann. Wo müssen wir denn hin? Junger Mann. Hallo? Er steht da einfach und schaukelt vor sich hin. Entschuldigung. Ja. Na. Nee. Der ignoriert uns. Alles klar. Dann hat er Pech. Er vielleicht. Er vielleicht. Er. Ne. Der sieht auch nicht so gesprächig aus. Sieht ein bisschen aus, als hätte er da über die Reling gekotzt oder so. So. Wo müssen wir denn hin? Wo müssen wir denn hin? Das schieben wir jetzt mal hier zurück. Er hat mit dem Anhängen so gut angefangen. Und jetzt verkacken wir es hier beim Zurückschieben. Das ist aber auch. Das ist aber auch. Fähigkeitspunkte. Und wir sind Level 12. Und wir sind Level 12. Sehr geil. Also freigeschaltet haben wir ja alles schon. Es geht jetzt nur noch darum, wo wir oder was wir viel fahren. Ich glaube, wir werden Just-in-Time skillen, weil viele Lieferungen, die sowieso schon viel Geld geben, sind Just-in-Time-Lieferungen. Dann kriegen wir halt noch so ein bisschen mehr dafür. Das ist doch gut. Alles klar. Liebe Leute, ich würde sagen, hier mit dem wunderschönen Sonnenschein im Gesicht, das sieht so genial aus. Können wir hier nochmal so. Perfekt. Mit dem malerischen Anblick verabschiede ich mich für dieses Mal. Ich sage vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaut habt und dass ihr zugeschaut habt. Ich freue mich auf eure Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen hoch da lassen. Ansonsten sehen wir uns das nächste Mal. Ich wünsche euch was. Bleibt gesund und macht's gut.